Musik Hallo und herzlich willkommen bei Berlin Haus Atonal, die zweite. In dieser Woche geht es um, wie letzte Woche schon angedroht, um den 89-jährigen Berliner Oskar Sala, den Mitentwickler des Trautoniums, der in den 30er Jahren eben an diesem Trautonium seine Virtuosität erwarb und der einzige heute noch lebende Meister auf diesem Instrument ist. Was genau das ist, wie es funktioniert, wie es aussieht, wie es sich anhört und so weiter und so fort, erfahren wir nach der Werbung. Jetzt gibt es erstmal ein Video. Bis gleich. Die haben mit Staunen vernommen, dass ich sagte, naja, also ich gehe etwa bis 500 Volt. Na ja, für ein Instrument, was irgendwo stehen soll, sind 500 Volt eine ganze Masse. Und dann, und die Ströme, die sie haben, für die vielen Röhren, naja, fast 20 Ampere. Also ein kleines Kraftwerk. Ich beginne mal mit einer musikalischen Titelansage. Das habe ich mal gemacht und das finde ich auch ganz schön mal. Ich wiederhole es hiermit. Das habe ich mal gemacht. Das Mixtur-Tantonium auf seinem Wege dahin. Das Mixtur-Tantonium auf seinem Wege dahin. Das waren die ersten Manuale, die wir bekamen von dem Dr. Trautwein. Metallschienen, so ein bisschen gekröpft, die lagen auf dem Tisch und darüber war ein dünner Draht gespannt. Jetzt wird es nicht heiß da oben. Und das untere Manual war, da war schon ein zweites Manual. Sie sehen, wir sind schon fortgeschritten. Das ist ein zweites Manual. Das ist ein zweites Manual. Das ist ein zweites Manual. Das hat sich bewährt, weil man einen großen Abstand hatte. Und die sehen gleich, wenn man die Tonleiter spielt, dass das ein schönes System ist. S-Dur, D-Dur. Und Sie sehen, ich sehe Sie an und brauche nicht aufs Manual anzuschauen. Es ist immerhin wichtig, dass das geht. Und nun kommt noch etwas sehr interessantes, das habe ich beim Rundfunkrautonium, was ich später gebaut habe, zum ersten Mal gemacht. Der Fuß da unten hat einen seitlichen Kontakt. So und so und so. Und jetzt kann man, wie Sie sehen, die Tonleiter noch weit besser spielen. Diese Eigenheit hat, so viel ich weiß, kein einziges elektronisches Instrument auf der Welt. Wie überhaupt die Merkwürdigkeiten sich immer mehr steigern. Alles, was bei mir möglich ist, ist nirgends anders möglich. Es ist nicht darauf angelegt, nein, nein, sondern das hat sich so aus der Musik und aus der Art des Instruments gebildet. Denn alles, was wir haben, ist tatsächlich sonst nicht da. Wo gibt es ein Instrument, auf dem man nur reine Quinten spielen kann? Reine Quarten, reine große Terzen, reine kleine Terzen. Die ganze temperierte Stimmung ist überhaupt nicht mehr da. Manchmal denke ich so, wenn man von einstürzenden Neubauten redet, es wird auch mal vielleicht einstürzende Altbauten geben. So ging das mal los, als der Dr. Trautwein die ersten Erfindungen mit der Klangfarbe machte. Dann hinterher hörte man bei uns solche Laute. Achtung, ich mach mal ein bisschen mehr. 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 Wir haben die Spieltechnik jetzt schon schön gesehen, aber hier sehen Sie mal, wie man da auf so zwei Manualen ganz schön spielen kann. So sah es aus, als Telefunken sich mit dem Trauton schon beschäftigt hat. Sie sehen die beiden, das Manual steht auch wieder extra und der Apparat war technisch vorangekommen. Wir hatten eine Schwingröhre bekommen, ein sogenanntes Tyratron, was Telefunken entwickelt hat. Das war nicht nur für uns, aber auch für uns, das war natürlich sehr willkommen, denn der Dr. Trautwein, der hatte etwas viel Primitiveres. Der hatte natürlich den Widerstandsdraht, aber dann hat er eine kleine Blitzschutzlampe genommen und hat sie in zwei, ihre beiden Kontakte gesteckt. Und da passiert dann Folgendes, wenn die Spannung kommt, was soll sie machen, wenn da, nehmen wir mal, tatsächlich ein Blitz kommt, dann soll der Hirn einen Funken entzünden, soll sich hier entladen und soll die Hauptgefahr verlieren. Also ob das immer geklappt hat, weiß ich nicht, die hübschen kleinen Lampen und ein Blitz, aber trotzdem, sie waren als Blitzlampen käuflich. Und bei den Blitzlampen entsteht dann Folgendes, man hat einen Kondensator und spielt einen Ton. Der Kondensator lädt sich auf und wenn er jetzt die Zündspannung erreicht hat, gibt es einen Funken in der Lampe. Und dann lädt sich es wieder auf und wieder ein Funken. Diese Schwingung, die so entsteht, ich sage es immer am besten am Englisch, das ist immer so sehr fabelhaft, eine Sawtooth-Wave. Wir sagen Sägezahn, aber Sawtooth ist doch zu schön. Ja, und diese Sägezähne, das waren unsere Schwingungen. Und dann sagt der Doktor, na Moment mal, das sind nicht nur unsere Schwingungen, das sind ja im wesentlichen Sinne unsere eigenen Schwingungen. Denn wir haben hier durchaus keine Sinusschwingungen hier drin, nein. Das macht die Stimmritze nicht, die macht das auch so. Sie spannt sich, wenn da der Druck kommt und dann schnappt sie zusammen. Und dann spannt sie sich wieder und schnappt zusammen. Und wenn das nun schnell geht, ja, dann können wir eben Du, 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 können wir Töne von sich geben, die viele Schwingungen pro Sekunde haben. Und diese Schwingungen sind in der Lage, natürlich jetzt unseren Klangapparat, das ist hier vor allem diese große Höhle, die wir hier haben, die anzustoßen. Und wenn wir dann nicht mal A sprechen, dann haben wir hier einen Eigenton. Mal ganz rangehen. Also es klopft natürlich mehr als Ton, aber Sie hören, die Töne gehen dann nach unten und gehen dann nach oben. Und genau das macht auch Trachthaltsschaltung. Er hat nämlich da, statt dieses Dings, was natürlich da nicht hineingeht, er hat einen Transformator genommen und hat einen Kondensator genommen, parallel geschaltet und dann diese Schwingungen darauf gemacht. Und da habe ich Ihnen das gleich zuerst vorgeführt. Aber warten Sie mal, das passt jetzt hier viel besser. Ich gehe noch mal kurz zurück, das geht sehr schnell. Und dann mache ich es noch mal. Und dann mache ich es noch mal kurz. Mein erstes künstliches Wort. Hat noch keine Bedeutung erlacht. Dann halten wir mal wieder an. Dann hören wir mal wieder an. Adonale Töne müssen doch heute auch sein, nicht? Noch mal das nächste Bild. Aha, ja. Ich weiß nicht, was das Bild soll. Das war vorhin schon mal drin. Das ist ohne mein Zutun hereingekommen, jedenfalls. Das war mal eine Reise zum Mond, nur mit elektronischen Klängen ausgestattet. Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn man versucht, wolltest du langsam zu springen? Bordelum! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 sehen von ihm wohl nicht, er mit Herrn Gassmann, das war der amerikanische Komponist, der im Auftrag von Hitchcock mit den Filmen zu mir in mein Studio kam. Und wie ich dann beim Titel war, dann sagt er, aber können wir denn nicht nochmal jetzt hier mal ein schönes Stück elektronische Musik machen? Da sage ich, ja, um Gottes Willen, mein Lieber, ich bin ja schon beim Titel und das will ich Ihnen sagen, da gibt es nur Schreie, mehr als im ganzen Film. Und der größte Schreier kommt, wenn der Meister im Bild erscheint. Ach, du Lieber, das wird er nie machen, da sage ich, ich habe ihn noch nicht kennengelernt, aber sie kennt seinen Film und so war es natürlich auch. Sein spektakulärster Erfolg, die Klangkulisse für Alfred Hitchcocks Klassiker Die Vögel. Darf ich bitten? Die Verleihung der Bundesfilmpreise 1987 im Theater des Westens in Berlin. Oskar Sala wird für seine filmkompositorische Arbeit ausgezeichnet. Im Beisein seiner Frau Käthe nimmt er den Preis entgegen. Vielen Dank. Applaus Jedes Jahr werden hier neun Personen geehrt, die sich um den deutschen Film besonders verdient gemacht haben. Oskar Sala hat in den letzten 30 Jahren hunderte von elektronischen Kompositionen für Spiel, Industrie, Dokumentarfilm und Fernsehspiele geschrieben und eingespielt. Aber eigentlich bekannt geworden ist er vor allem durch die meisterhafte Vertonung des Hitchcock-Films die Vögel im Jahr 1962. Tätigste Vögel im Jahr 1962. Tätigste Vögel im Jahr 631. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich hatte natürlich längst ein eigenes Studio, um alle diese Sachen machen zu können Und hatte auch die notwendigen Maschinen dazu Alles was ein Hitchcock-Film ist, ist in meiner eigenen Regie gemacht Das war auch eine besonders schwierige Szene Den Film, diesen Akt hat man uns vorher geschickt, bevor der ganze Film kam Damit wir beweisen konnten, ob wir das schaffen Das war's für heute Auf dem Dachboden wollte ich einen Ton, der dasselbe bedeutete, wie wenn die Vögel zu Melanie gesagt hätten. Jetzt haben wir dich, jetzt fallen wir über dich her. Wir brauchen kein Kampfgeschrei auszustoßen, wir bringen uns nicht in Wut, wir werden einen lautlosen Mord begehen. Mit Noten hat es wenig zu tun. Was übrigens eine Vorbedingung war, nichts musikalisches, also etwa keine Art elektronischer Musik bei irgendeiner stimmungsvollen Szene, die dann vielleicht als Untermalungsmusik gilt. Nein, nein, es muss streng sachlich bleiben, nur muss es eben die Fremdartigkeit und die Wirrnis dieser Tiere immer ausdrücken. Das muss daraus hervorgehen. Das war so das Hauptmotto, unter dem wir gearbeitet haben. Aber Sie haben recht, das gehört natürlich, auf jedem Instrument ist es nicht möglich. Und ich zweifle auch, dass es außerdem, liegst du, Trotondium, noch auf einem anderen elektronischen Instrument möglich wäre. Mit Computer und so. Und sagen, gut, aber nicht von jemandem, der ein Instrument spielt und so was macht. Glaube ich nicht. Denn ohne diese kontinuierliche Technik mit der Saite und mit den Glisantis und all dem Klang und dass man gleichzeitig Ton und Klangfarbe wechseln kann. Wo ist denn das? Ich frage, ich weiß es nicht. Ich habe es aber noch nicht gehört. In der Schlussszene, wenn Rod Taylor die Tür aufmacht und zum ersten Mal alles voller Vögel sieht, wollte ich Stille haben. Aber nicht irgendeine Stille, sondern eine elektronische Stille. Von einer Monotonie, als hörte man in der Ferne das Meer. In die Vogelsprache übersetzt, bedeutet dieser Ton künstlicher Stille, wir sind noch nicht ganz so weit, euch anzugreifen, aber wir bereiten uns vor. Wir sind wie ein Brummen am Motor. Gleich werden wir anspringen. Misch? Misch? Stay there. Can I bring the lovebirds, Misch? They haven't harmed anyone. All right, bring them. Wir werden crashen. Das war's für heute. Schuh, 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 schuh. Schuh, 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 schuh. Freitag, 29. Januar, The Sound Supreme, Ferio Baku, N.D., Vico, Muffin, Eimer, Rosenthaler Straße, Berlin. Freitag, 29. Januar, Turntablism, Alex, Paco, Cox Orange, Dirksenstraße, Berlin. Samstag, 30. Januar. Formig meets Hardwax. Matthias Schaffhäuser, Christian Morgenstern, Carl Finlow, Piet, Mono Lake, Thomas Brinkmann. Stammheim, Sandershäuser Straße, in Kassel. Samstag, 30. Januar. Reflex on Tour. FX-Twin, Mike Dread, Silo, Luke Weibert, Columbia Fritz, Berlin. Samstag, 30. Januar. Labyrinth. Colin Fever, Christine, Hausmeister, im Matrix, in der Warschauer Straße, in Berlin. Samstag, 30. Januar. Electric Kingdom Club Tour. West BAM, Afrika Islam, Hardi Hard, Icon, Columbia Halle, Berlin. Wir verlosen je zwei Karten für die letzten drei Partys am 30. Januar in Berlin, am 5. Februar in Köln und am 6. Februar in München. Berlin Haus präsentiert am Samstag, den 30. Januar, Get Wicked, DJ Woody und die DMX Crew im Glashaus, Berlin. Dann klingt das, was eben so schön klang. Ich will es nochmal anspielen. Wie war denn das bei den anderen Instrumenten eigentlich? Ja, wie war es denn bei der Geige? Wir kennen zwei Höhepunkte. Ein Geigenbauer ganz oben und ein Geiger ganz oben. Ja, und dann habe ich mal nachgelesen, was war denn das? Also der Geigenbauer, Stradivarius, etwa ab 1700 bis etwa 30, das war wohl sein Höhepunkt. Er starb dann wohl um 1740. Ja, und unser Paganini, 100 Jahre später, 1800 bis 1830, da war er der große Weltsensation. 100 Jahre, meine Damen und Herren, was soll nun das Gerede? Och, das ist ja bald vorbei. Die paar Jahrzehnte oder die paar Jahre, die jemand noch lebt, die überstehen wir auch noch. So einfach wird das hier mit Sicherheit nicht. Und denken Sie nicht, gut, ich bin bis jetzt der Einzige, der die Dinger überhaupt gebaut hat, zu fertig gekriegt hat, so will ich mal sagen. Das ist nämlich nicht so ganz einfach. Aber es sind welche Leute dabei, mit großem Eifer, diese Instrumente zu bauen. Und wenn das erstmal gelingt, na dann werden wir mal den Stradivarius des Trautoniums erleben, das hoffe ich. Und dann werden wir auch die Paganini des Trautoniums erleben, da wird es natürlich noch immer mal einen geben. Das ist klar, das ist mir jetzt schon klar. Aber es ist nicht so, dass das jetzt mal eine Marotte von jemandem ist. Nein, nein, das sind ganz grundsätzliche Überlegungen, die tatsächlich auch mit einstürzenden Altbauten zu tun haben werden. Applaus 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 Ja, naja, ich höre eben, ich habe eine Sendung für Sie gemacht, ja, ich bedanke mich, hat mich sehr gefreut, sehr nette Leute um mich herum und haben mich interessant ausgefragt. Das war's, wir sind mal wieder am Ende an der Berlin-Haus-Sendung angelangt, das heißt natürlich nicht, dass wir uns nie wiedersehen, nächste Woche geht's schon weiter. Ich hoffe, euch hat es heute ein bisschen Spaß gemacht, wir haben einmal eine Sondersendung eingelegt, aber ich denke, das Thema war es wert.